und hier die normalen nordkrieger also alles was halt so noch nicht wirklich hoch gegriffen ist ausgebildet der nordfußsoldat wird dann zum nordkrieger den behalte ich dann mal bei mir ja so können wir das glaube ich machen fertig fertig hoch wir sind die grafik also in der burg sind gerade 191 leute stationiert plus 35 gefangen aber die gefangenen würde ich gerade ein bisschen abbauen dass man da mal ein bisschen welche los wird finde ich aber gut und wir haben wieder 85 leute die wir gerade ausbilden wollen 90 leute naja verwaltet die burg wollte ich gerade mal gucken was ich denn jetzt so genau da machen kann in der burg das würde mich auch echt noch mal interessieren aber okay jetzt würde ich hier ganz gerne erstmal ab in die geschenkung gucken ob wir da sowas wie ein lösegeldvermittler haben da haben wir eine bundung da haben wir einen buchhändler da haben wir einen lösegeldvermittler aber so dass wir den ganzen schwachsinn verkaufen und die seeräuber sind gar nicht mal so wenig wert die plünder sind absolut gar nichts wert ein buchhändler ja gut bücher sind mir gerade ein bisschen unwichtig meiner letzte haben sie mir geklaut die seeräuber wo die mich vernichtet haben das ist auch schon ein bisschen her ein paar wochen aber da haben wir auch wieder an seinem dorf sehr verstandhaft gehalten und gekämpft und gekämpft und später haben uns die seeräuber dann doch noch mal den rest gegeben als wir weg waren von dem dorf nicht mal der eigentliche gegner das ist ja das interessante jetzt an der ganzen geschichte aber okay wie dem auch sei also jetzt wo wir eine burg haben es jetzt kann es vorangehen kann muss natürlich nicht ich weiß allerdings nicht ob ich durch die burg einnahmen kriege durch eine stadt definitiv bei der burg bin ich mir nicht sicher da bin ich mir echt nicht sicher und wenn wir herausfinden spätestens beim nächsten mal mehr belohnen kriegen und dann bin ich gespannt ob die burg meine leute bezahlt oder nicht verwaltet diese burg was kann ich denn machen errichtet den kerkerturm errichtet eine bodenstation die bodenstation 3200 ok das kann man gut machen kerkerturm 5600 jetzt muss ich wissen wie viel habe ich das wäre jetzt noch mal interessant ich könnte auch dass ich könnte den kerkerturm machen aber ich muss eben kurz lesen was der denn kann verwaltet die burg kerkerturm okay dauert 60 tage kostet 5600 kampf machen sehr gut sehr gut finde ich schön so kann es gehen so kann man doch damit arbeiten soll wenn jetzt das dorf hier noch heile wäre also am schönsten wäre es natürlich wenn das ist das auch mein dorf dazu nein oder das dorf gehört jemand anders weil oft wenn du eine burg ein nimmst ist auch noch das passende dorf dazu wollen das dorf gehört mir nicht okay schade wäre cool wenn ich so nah beieinander liegend ich habe auch schon mal ein spielstand gehabt da wurde mir das dorf hier gegeben und nicht das dahinten ich weiß nicht wie das ob das zufalls generiert ist welches dorf man kriegt aber sollte für ok gut ist teuer aber ist in ordnung also von der burg kriege ich derzeit zumindest noch keine steuern ich weiß nicht ob es immer so ist dass ich auf keinen fall steuern kriege von dem dorf von der burg das weiß ich nicht ob ich dann echt mich dran setzen muss das dorf demnächst auszubauen aber ich wünschte dass es sowas gäbe wie truppenunterkünfte in dem dorf dass ich zumindestens truppen ein also der truppen stationieren könnte aber das geht halt leider nicht truppen stationieren geht nur in der burg oder stadt was ich sehr schade finde naja 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 machen wir nix ja jetzt muss ich halt sehen also zwölfte ich meine noch kann ich meine soldaten bezahlen das ist nicht das problem aber ich muss halt doch jetzt mal zusehen dass wir dann doch irgendwo was einnehmen wenn ich durch die burg nichts einnehmen und das dorf ständig geplündert ist ne da muss man ja doch mal gucken wo man bleibt letztendlich einfach nur die ganze zeit hier rumtingeln und gar nichts machen da kommen wir auch nicht wirklich weiter von ist leider so klingt hart ist es auch markt aber kaufen will ich kann eigentlich echt nicht wir könnten jetzt noch mal gucken jetzt wo wir 90 man haben könnten wir gucken wegen dorf plündern weil geld können wir gerade gebrauchen meine ich nur nur mal so angemerkt und dem feind so ein bisschen damit schaden warum nicht und wenn er uns angreift ja entweder verlieren wir halt relativ viele leute oder wir haben das glück und die leute sind fortgebildet und ich kann wieder welche stationieren so einfach ist die geschichte na also wirklich verlieren können wir in dem sinne jetzt gerade nicht viel also können wir die ganze zeit nicht aber naja gibt es eigentlich ich habe schon wieder was dann bin ich dann abgelabelt wurden ok überzeugungskraft würde ich echt gerne was gehen das finde ich schon finde ich schon ganz cool baumeister überzeugungskraft würde ich noch mal überzeugungskraft machen super super gut stangen waffen ich glaube man merkt so langsam wo meine stärken liegen was ich am liebsten spiele mit welchen waffen also ich meine hier die skills die macht man ja auch im spiel selber weiter was wegen einer waffen auf 222 mittlerweile ist wobei ich gerade nicht weiß was das bastardschwert zählt das ist ja ein hand zwei hand kriegt auf beide attribute punkte oder wie sieht das aus wäre eigentlich irgendwie schon ein bisschen cheating wenn ich auf beide attribute dadurch punkte kriegen würde aber gut ich weiß es nicht ist noch mal eine frage die man sich mal irgendwann stellen könnte ist noch mal eine frage die man sich irgendwann stellen könnte ich habe da noch nicht darauf geachtet wenn ich jetzt im schwert unterwegs war ob ich jetzt als einer oder als zwei handpunkte gekriegt oder ob es daran liegt wie man es führt sprich also wenn man zu fuß ist und dann ein schild dabei hat das ist ein hand auf dem pferd ist sowieso ein hand und wenn man zu fuß ist und kein schild dabei hat dass es dann zweihand ist ja wie interessant zu wissen also dann hoffe ich mal dass wir gleich nicht gestört werden beim plündern und dadurch der dorf einfach ganz schamlos plündern kann das wäre noch mal was wie gesagt hat geld können wir ganz gut gebrauchen noch haben wir die möglichkeit durch den krieg geld zu verdienen das dorf wirft ja nichts ab die burg hat zumindest diese runde nichts abgeworfen sie wurde aufgelistet bei den bei den abzügen die wir da hatten also bei sold und so weiter wurde sie eingetragen aber stand ich habe noch nichts dadurch gekriegt also kann jetzt sein dass ich nichts dadurch gekriegt habe weil ich das dorf noch nicht lang genug habe die die stadt kann aber auch genauso gut sein dass die stadt sei schon burg dass so eine burg hat grundsätzlich nichts abgeworfen ist natürlich alles möglich musste jetzt tatenlos zu 299 mann ich sag ja entweder verlieren wir alles oder also lasst euch die zahlen mal auf der zungezeige 90 gegen 353 ne ich meine ja noch und ich habe die ganzen guten abgegeben ne das finde ich jetzt witzig das wird ein spaß die ganzen guten soldaten habe ich abgegeben ich hoffe er hat ziemlich viele bauern dabei ist jetzt meine hoffnung dass er jetzt nicht die ultimative elite dabei weil der typ ist der könig von ist wahrscheinlich bei der truppenzahl ist bei der truppenzahl wahrscheinlich der absolute obermarker bei sich im königreich also das wird noch mal interessant aber das dorf scheint irgendwie super wichtig zu sein also ich habe da ja irgendwie scheinbar in einem weffen in einem westen lässt gestochen jedes mal wenn ich das dorf angreife kommt ihm das halbe königreich an um ein dorf zu verteidigen ein pisstorf wenn da gleich nicht goldwaren drin liegen ohne ende dann weiß ich nicht was da los ist also ich glaube die schlacht wird noch ein bisschen dauern mein handy liegt ja so ein bisschen im weg wo meine maus gerade ist also noch mache ich halt mehr leute kaputt von denen wie von mir was ganz wichtig ist aber es bringt mir nichts wenn immerhin haben die 200 mann 255 sogar weit über 200 na komm was ist denn das hier ich habe extra lange schwert jetzt hier und krieg hier nichts oder was wo kommen wir denn dahin leute na wo kommen wir denn jetzt hier noch okay ich glaube diese schlacht wird nicht gut für uns rausgehen kann ich mir zumindest vorstellen ja wir tun moment steinen nach mir als ob das was bringen würde bei meiner rösten kollege naja sperre also wurf waffen prinzipiell außer steine tun dann doch schon mal ordentlich weh also hier bin ich tatsächlich sogar bereit im eintausch gegen die truppen moral ein paar leute zurückzulassen um zu flüchten weil ja bei 200 leuten sollte man sich den gedanken machen ob man da wirklich lebend bei rauskommt ja bonus gegen schild habe ich mit der waffe übrigens nicht mehr der ist weg der bonus na komm was blocken die jetzt alle hier macht mir den kampf hier unnötig lang was da los und bei mir sind einiges an todesfälle auf der karte sich gerade unten definitiv ojo der hat gesessen kurz bevor ich zuschlagen wollte na komm schon alles weg hier jungs alles los mit euch könnt ihr euch nicht einfach abschlachten lassen oh das hat jetzt ein bisschen gedauert bis die gute dame bewusstlos geworden ist na komm alle drauf da ok die schlacht haben wir gewonnen aber wir können die leute gerade nicht fortbilden und wir werden definitiv noch zwei drei weitere schlachten machen müssen und haben in dieser runde 13 tote zu beklagen ok die 80 tote ist besser gelaufen als erwartet aber trotz all dem immerhin bin ich auch noch dazu halbtot ne also das darf man auch nicht vergessen dass mich auch ordentlich erwischt hat wir jetzt keinen reiter haben und eigentlich nur pimmel einheiten die nichts drauf haben muss man sagen ich habe ja die besten vorhin in die in die burg gegeben und ich die definitiv nicht verlieren wollte also das war für mich persönlich tunlichst zu vermeiden dass ich die burg verliere schild einheit junge was ist los mit ihr na komm boah da gibt es gerade tote bei mir ey das ist der wahnsinn komm ich bin zu nah um zu flüchten ich werde es aber gleich tun also die nächste runde mache ich nicht mit das kann ich schon mal sagen dafür gehen mir jetzt gerade zu viele leute drauf das funktioniert so nicht aber mich wundert was ich da für ein dorf gefunden habe also was die an wohlstand haben müssen dass die sich so krass verteidigen ist schon heftig mein gott ich meine vorhin wie gesagt da kam ja auch ordentlich was an leuten rüber und ich fahr ich verliere echt alles an leuten das ist der wahnsinn und die lassen sich ja auch nicht töten was denn da los bei euch ja komm ey was ist denn los mit euch was blockst du denn du kleiner ey muss ich euch jedes mal umrennen um euch endlich abschlachten zu können was ist denn da los also die einzigen toten die von unserer seite aus gemacht werden also die wir halt hier umbringen auf dem schlachtfeld sind echt von mir ne also ich meine leute die gehen einfach nur drauf da passiert nicht viel also sagen wir mal so ich wage ganz stark zu bezweifeln dass ich das packen werde ne komm ich flüchte das wird nichts 24 tote die haben gerade noch 26 weiter weiter ziehen in welche richtung haue ich denn jetzt im besten fall ab ja hoffentlich wird das nicht wieder passieren das ist schon hart truppen fortbilden alter finne truppenmoral sehr hoch wir haben zwar die schlacht verloren aber scheißegal na komm also die schlacht führe ich nicht das wird so nix gut dass ich ein bisschen schneller bin als die ansonsten hätten wir echt probleme haben wir hier irgendwie sowas wie landsknecht schwertkämpfe 665 für vier leute nö und gefangen habe ich gerade auch nicht mit ne bringt mir alles nichts damit komme ich nicht weiter interessant das dorf da hinten wird wahrscheinlich gerade noch nichts wieder abwerfen also da werde ich wahrscheinlich kaum was an leute kriegen das dorf ist geplündert alter finne ist natürlich das riesen problem dass ich jetzt die besten einheiten vorhin alles bei mir in der burg gelassen haben ist natürlich ein bisschen scheiße also bescheiden gelaufen so rum naja ich werde jetzt nicht noch mal versuchen jemanden hier zu plündern das wird wahrscheinlich nicht gut gehen aber immerhin muss ich jetzt reichlich wenig soll zahlen für die leute die ich bei mir führe sauber was oder dann können wir können mal hier gucken ich glaube das dorf hier das war auch ehemalig königreichs verdienen das war der schritt gut die sind doch von gerade eben oder und habe ich noch andere rekruten also neue rekruten gut 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 ja die beiden dörfer noch mal abklappern ob ich da eventuell irgendwo verbündete wo ich gerade sagen neue truppenkriege einige soldaten können befördert werden ja das läuft doch ja ich habe natürlich wie gesagt nur meine pimmel einheit mit gehabt die absolut gar nichts drauf haben weil ich die ganzen guten leute bei mir in der burg stecken habe was ja an sich auch keine blöde idee ist aber das ist natürlich dann scheiße wenn auch einmal der könig mit 255 mann oder so da ankommt ist natürlich schlecht glaubt das waren 255 also es waren über 200 okay gut habe ich wieder zu tun dann renne ich gleich noch mal zu der eulen hin und dann schauen wir mal aber lang geht ja auch noch ist es noch gar nicht mehr sehe ich gerade wir haben auf jeden Fall gut was geschafft das kann man schon mal so dazu sagen rekrutiert freiwillige ein super weiß ich so viele habe schon mal mehr rekruten gehabt ja ist natürlich ein bisschen schade wenn ich damit 200 leuten ankommen und ich absolut nichts dagegen tun kann aber was will man machen ja wie gesagt man kann nichts machen aber mich wundert es halt ich würde echt gerne wissen was ich da für ein Dorf getroffen habe dass die da echt so krass hinterher sind das Dorf zu schützen also die für das eine Dorf riskiert ja das halbe Königreich ihre Armeen ey das ist der Wahnsinn wie viele hatte ich vorhin platt gemacht also komplett umgebügelt bis auf den letzten Mann drei vier Stück oder so das war schon nicht wenig was ich da weggerotzt habe ey mein Dorf ist wieder heile dann frage ich mal direkt nach einer Quest aber wer weiß vielleicht kann ich den nicht mal erfüllen weil der Dorf bis dahin wieder geplündert wird kann ich alles nicht sagen kann ich alles nicht sagen aber erstmal nach Rekruten fragen und dann nach einer Quest und dann rennen wir zu der teuersten die er uns sehr gerne wieder sehen möchte genau habe ich richtig gesehen hey na alles frisch mit 126 Mann in der Nachbarschaft fühle ich mich da doch schon ein bisschen sicherer mit den mit dem Dorf aber theoretisch hätte mir die Burg dann zu sprechen müssen und nicht die da hinten das ist jetzt irgendwie ein bisschen Schwachsinn Rekrutiert Freiwillige was wollen die mich verarschen in meinem eigenen Dorf Aua der hat gesessen Hallo In meinem eigenen Dorf werde ich jetzt überfallen? Habe ich mir so viele Feinde gemacht? Was ist da los? Also ich meine in meinem eigenen Dorf die hassen mich garantiert nicht ich meine äh mhm 5 Geht zum Dorfzentrum Mal eben nach einer Quest fragen ob die sagen hey Junge ich hab da mal was vorbereitet aber wahrscheinlich weil ich in letzter Zeit so viele Quests gemacht habe haben die gerade keine mehr und ich habe keine Möglichkeit welche Getreide benötigt ja alles klar ich besorge euch alles ich besorge es euch boah 5 Leute nur wegen Getreide nur weil ich dir Quest zugesagt habe ich hab's ja nicht mal abgeschlossen ähm sieben Bündel ok also nicht wenig aber es ist machbar es ist machbar es ist machbar und ich hab schon wieder 76 Leute so mal was ich meine so habe ich was zu tun unterwegs ähm und ich kann äh zusehen dass ich eventuell demnächst ein bisschen mehr Geld von meinem Dorf kriege aber mich würde sehr interessieren jetzt beim nächsten auszahlen ob ich eventuell Steuern auch durch die Burg einnehme würde mich interessieren oder ob wirklich die komplette Garnison und alles von meinem Dorf gehalten werden muss das wäre natürlich ziemlich hart lalalalalalalala hallo so he 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 sauber hm ok ich glaube ich muss nochmal um eine Stufe in der in der ähm Skala für ähm Beliebtheit bei ihr steigen und dann könnte ich theoretisch sie so mitnehmen und da ist ein fremdes Königreich ist mir das auch egal ich nehme alles mit wann geht ey ähm ich kaufe Vorräte von den Bauern Gewürze ich brauche Getreide Jungs nicht Gewürze na komm versuchen wir es mal in der Stadt ich brauche sieben Getreide Jungs versteht ihr mich denn nicht? sieben Getreide hm mhm Warenhändler ich wette sieben Getreide haben die hinten bei Dingerns hier bei in dem Dorf was ich da eigentlich angreifen möchte möchte die ganze Zeit schon ich wette da haben die mehr als sieben Getreide da würde ich meinen Arsch drauf verwetten aber sowas von und deswegen ist das auch so schwer bewacht weil ne 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 nix nix sinnvolles zumindest versuche ich es mal da oben 249 Mann ey heiliger Bim Bums heiliger Bim Bums hey die haben Getreide ohne Ende was da los jetzt habe ich sogar sieben der Wahnsinn und ich habe 21 denare nur für die sieben Getreide bezahlt also für die für das restliche Getreide das ist doch mal ein humaner Preis würde ich behaupten das ist doch mal ein humaner Preis der Preis ist heiß oder wie war das so schön naja warum sind denn hier so viele Dörfer von denen Das wundert mich gerade. Das ist schon ziemlich scheiße, wenn wir irgendwann mal mit den Krieg haben. Geht zum Dorfzentrum. Ganz schön nebel hier. Na du Sniffer? Was crunched? Chaka. Haben irgendwelche Aufgaben? Kann mir das Kämpfen beibringen, das mache ich jetzt auch. Boah, 14? Wollen doch gleich wieder. Okay. Bildet die Bauern aus. Ich bilde sie erstmal aus, weil 14 Leute jetzt eben einzustecken ist schon gar nicht so ohne. Das Dorf da hinten wird aktiv überfallen. Okay. Beginnt den Übungskampf. So läuft das. So läuft das hier bei mir. Weiter. Ich bilde die Bauern aus. Ich bilde sie alle aus. Das ist ein bisschen unübersichtlich hier, ob hier irgendwo Gegner sind, ne? Mit dem ganzen Wald da drumherum. Drumherum herum. So, kann's laufen. Ganz schnell und einfach. Hm, hm, hm. Ich bilde die Bauern aus und wir bilden sie alle aus. Die müssen mich doch eigentlich ja verhassen, dass ich die ganze Zeit vermöbel, oder? Oha! Ich kriege tatsächlich Geld auch durch meine Burg. Aber das ist irgendwie mit 513 ziemlich wenig, was ich da kriege. Naja. Ob ich da was dran ändern kann? Ich weiß es nicht. Beginnt den Übungskampf. Also beim Dorf weiß ich, da kann ich was ändern. Vorräte kaufen. Vorräte kaufen. Vorräte kaufen. Dorf ausbauen. Und, ähm. Quests erledigen. Hauptsächlich Quests erledigen. Bringt am allermeisten Punkte. Also, dass das Dorf wieder reich wird. Alter, warum sind das so viele Reiter bei denen? Sonst sind das nie so viele Reiter. Ich meine, mir soll es egal sein, aber... Weil ich sagen muss, ich habe jetzt auch nicht die besten Leute mit, ne? Ich habe ja immer noch meine schlechten Leute dabei. So egal, sollte es mir dann vielleicht Donnie sein. Bauer getötet, das ist natürlich schlecht. Na komm. Na komm. Hey, du sollst dich nicht einfach überrennen lassen. Ich will dich umbügeln, Junge. Du sollst drauf gehen, Kollege. Du sollst drauf gehen, dafür dass du mein Dorf plünderst. Hier, das hast du davon. Grüß Gott von mir. Der wird mich kennen. So. Super. Eure Verluste, ein Verwundeter, deren Verluste verbündeter, ein Toter. Ähm. Ihr braucht das dringend. Jetzt wollen wir nur acht Folgen. Okay, ist auch in Ordnung. Ähm. Kaufvorräter von den Bauern. Kann ich nicht mal was kaufen, ey. Aber die haben 209 Denare. Oh. Shit. Okay. Und das Dorf hier wird gerade noch aktiv geplündert? Nee. Okay. Gut. Dann, ähm. Würde ich sogar noch mal nachfragen. Geht zum Dorf? Hm. Mal sehen, was die so sagen. Ob die noch mal irgendwie eine Quest für mich haben? Mein Gott, ich tue ja wirklich alles dafür, dass der blöde Dorf ein bisschen wieder ein Reichtum gewinnt, ne? Habt ihr irgendwelche Aufgaben? Na, hab ich mir fast gedacht. Okay. Anmerkung. Sonst hab ich gerade keine Aufgaben mehr, ne? Hm. Dann würde ich sagen, reiten wir mal nach Vagoth und gucken, ob es irgendwo Turniere gibt. Ja. Ich meine, irgendwie muss ich mich über Wasser halten. Achja. Und wenn ich schon da hinten nicht plündern kann, weil die dann einfach wegen einem verkackten Dorf mit der halben Königreich da ankommen. Ich meine, wie viele habe ich da jetzt ernsthaft komplett umgebügelt? Das waren doch bestimmt drei bis fünf generelle, die ich komplett geplättet habe. Und beim König habe ich natürlich dann halt schlechte Einheiten dabei gehabt. War natürlich noch ein bisschen blöd gelaufen. Wo der mit seinen 200 noch was ankam. Das ist dann natürlich ein bisschen sehr blöd gelaufen. Naja. Ja, was soll's, was soll's. Hey. Na? Könnte nächstes nochmal wieder ein paar Gefangene verkaufen. Kann ich machen. Wie ist, äh... Huch, da wollte ich nicht hin. Truppenmoral hoch. Sehr gut. So will ich das sehen. Okay. So will ich das sehen. Ich könnte sofort bilden. Aber fortgebildete Einheiten, die kosten halt nochmal wieder echt Asche. Und das ist dann immer so ein Punkt, wo ich mir denke, ja... Ne. Lass mal nicht machen. Hab ja gerade sowieso nicht so viel Geld. Und, äh... Mein Dorf... Ich kriege halt kaum was rein, ne. Ähm... Arena. Wo wird's Turniere geben? Sonu und Praven. Ich muss mich jetzt, äh... empfehlen. Tschüss. Mhm. Super. Die beiden sind echt sauber hinweg, ne. Die beiden sind echt sauber hinweg. Ja. Okay. Ähm... Ich hoffe, ich erinnere mich dann das nächste Mal, wenn ich aufnehme, nur dran. Aber an der Stelle würde ich sagen, ist erstmal Feierabend. Und wir sehen uns dann an dieser Stelle hier. Ganz genau hier, ne. In Zagoth. Mit einer eigenen Burg. Und mit einem funktionierenden Dorf wieder. Und zwar am Dienstag. Wer mag, ne. Und, ähm... Abonnieren nicht vergessen. Unten in die Videobeschreibung gucken. Dort findet ihr Links zu Social Medias. Unter anderem vor allem Twitch. Sehr wichtig in Zukunft. Weil bald werde ich wieder streamen. Geplant ist nächsten Monat. Beziehungsweise, wenn ihr das seht, schon diesen Monat. Es ist nicht mehr weit hin bis zu meinem ersten Stream. Aber es gibt ein Video dazu. Also unten einfach Videobeschreibung abchecken. Für spontanen Streams unbedingt auf Twitch folgen. Instagram ist auch immer ganz schön. Werde ich auch bald wieder ein bisschen aktiver werden. Zweit- und Drittkanäle findet ihr ebenfalls da unten. Sind allerdings im Moment nicht so belebt. Und da komme ich wahrscheinlich auch erstmal nicht so unbedingt zu. Da was hochzuladen. Aber für den Fall, dass ich da was hochlade. Ruhig mal abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Viel Spaß mit den Videos. Euer Nikotube. Cheerio.